Die priesterliche Aufmachung der großen Babylon Laut John Hellman zeigen die Aussagen des gesetzlichen jüdischen Klerus und die Art seiner Gebrauchsgegenstände vielmehr, dass Jerusalem die große Babylon der Offenbarung ist. Denn hier existieren deutliche biblische Parallelen zum Erscheinungsbild der Hure. Das Wort Gottes wiegt mehr als irgendwelche Spekulationen, seien sie noch so plausibel. Wie aus 2.Mose 35,19, 30-35, 2.Mose 36,1 und indirekt aus Hes. 16,10-14 hervorgeht, entsprechen Gold, Silber, Edelsteine, kostbare bunte Stoffe, Violettpurpur, Rotpurpur, mit Rötel gefärbter Stoff, Karmesin und edles Leinen, also gezwirntes Sechsfädiges, im Heiligtum Gottes, die prunkvolle Bekleidung der Leviten für den Tempeldienst und das Ephod und andere sakrale Gegenstände, verblüffend genau der Aufmachung Babylons in Offenbarung 17,4 und 18,16. Mehr noch, sie sind mit ihr identisch, denn die vergoldete Hure kleidet sich mit Purpur, Scharlach und edlem Leinen und legt Edelsteine und Perlen an, um sich als die heilige Braut Jahwes darzustellen. Chris White geht in Mystery Babylon ebenfalls auf die priesterlichen Farben, das Gold und die Stoffe der großen Babylon ein. Ihre Verbindung zum jüdischen Heiligtum weist er unter anderem am Beispiel der Teppiche der Stiftshütte nach. Der Autor zeigt, dass fast alles im heiligen Zelt und dem dort stattfindenden Dienst mit feinem Leinen , Violettpurpur, Rotpurpur und Karmesin zu tun hat. In diesem Zusammenhang ist es interessant, dass die Hure Babylon im englischsprachigen Raum fast durchgehend Scarlet genannt wird. Im Unterschied zu den Gewändern des jüdischen Hohepriesters scheint bei der großen Babylon in Offb. 17,4 kostbares feines Leinen zu fehlen. Es wird aber in Offb. 13,16 erwähnt. Die Anleisiungative Im 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 Vielen Dank.